So, Schilder dürfen benutzt werden, bzw. wir haben zwei Schilder, jeder hat eins, jedes Team. Ihr könnt aber klauen, Schilder werden nur mit Pistole bespielt oder Primärwaffe, aber dann nur Semi. Aber ich kann euch empfehlen, nicht mit Primär rumzulaufen, weil es sau schwer ist. Und wenn ihr schießt, muss Körperteile mit rausgehen, also Kopf muss mit raus oder Oberkörper muss mit raus. Nicht einfach nur so halten und dann so schießen, das ist blind feier, ok? Wer will? Ich. Nee, die Waffe muss mit Körper um die Ecke kommen. Oh, sorry. BANG! Was ist diese Stanz? Das ist tactical. Tag, reload! Tag, reload! Tag, reload! Tag, reload! Reload, tag! Tag, reload! Oh, kein Max! Einen habe ich. Einen habe ich. Ja, ich bin komplett raus. Dead Man. Ja? Okay, Geschwindigkeitsbonus, hoch drei. Was? Ja. Ja. Nee, nicht. Ah, baby! Ja. 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 Das Schild ist nach unten! Hab ihn! Hat er ihn? Oder du hast ihn nochmal? Macht nichts! Deadman! 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 Hallo! Wie soll ich noch winken? Auf! Head! Sauber! Mein Gas langsam neigt sich im Ende. Head! Head! Jaaaa! Jaaaa! Wuhuuu! Alles gut? Ja, hatte ich ihn noch? Ja, ich glaub schon! Ich auch! Ja, ja, ich bin hit! Draußen regnet richtig! Draußen scheiße! Aber wir haben einen Sound! Meine Fenster sind auf! Was? Hit! Ich bin so behindert! Vor allem, du bist so schlecht! Der trifft immer da, wo es weh tut! Immer die Schulter! Wer denn? Pistolman! Ah, Pistolman! Ja, ich hab gesagt! Timo! Timo, ja! Sehr kleine Bimbo! Das ist Pistolbimbo ab jetzt, okay? Kann man Pistolbimbo nennen? Mal kämpfen die ja oben mit unseren... A Bimbo? Ja, Pistolbimbo! Nicht Akimbo, sondern A Bimbo! Genau! Pistolabimbo! Genau! Pistolabimbo! Das haben wir ja möglichst eben quer durchgeknippt oben, ne? Was, wie würd ich jetzt nennen? Pistolabimbo! Oder nur A Bimbo! Du wärst das A Bimbo oder A Pistolabimbo! Ach nein, ich hab gedacht Scheiße! Jetzt komm dich schon! Ich wohne raus! Bang! Oh! Alles okay? Nee, ich hab jetzt nur an deine Waffe gedacht! Hast du mich? Jaaa! Ich hab nur gedacht, du hast geschossen! Mein Lauf hat deine Waffe weggedrückt! Nee, ich hab auf dich geschossen! Und dann, wenn ich, ist die Kumpel wie das dran und dann... Und am Ende, du hast bestimmt angedockt so! Dann warst du dann so drin und hast abgedrückt! Du bist da ähnlich! I'm dead man! I'm dead man! Aua! Sorry! Diesmal nicht! Ich muss das bekommen! Ich muss das bekommen! Ich komme wieder! Ich komme wieder! Ich komme wieder! Deadman! Geht's! Wo kommt denn der hier? Willst du den Buche rein? Glaubst du den Buche rein? Nein! Scheißen Dreck! Heftig verloren! Scheißen! Scheißen! Ich möchte ja niemanden ins Gesicht schreißen! Scheißen! Vollen Halskacken!